ich habe die doch mal hergestellt ich hätte den crafter bauen wollte crafter oder mit z logic das ist natürlich auch ist natürlich ja ist uns in der höllenwelt an der south hinzukriegen der dorm ist auch leer aber ansonsten halt nicht na gut jetzt die frage wie weit scannt er und wie weit ist er schon schau mal schau mal schau mal sprach der hier dann wird halt die andere welt mit auseinandergenommen also wie beim scannen ist ja auch natürlich ziemlich weit hoch das heißt er scannt jetzt mal zehn milliarden leere blöcke ja klar obwohl ich glaube dass sie würde machen aber wie gesagt dann wird halt die andere welt mit außen untergenommen und ist doch nicht so schlimm oder ich meine ja nur ich meine ja auch nicht warum ist hier hinten schon erde scannt er immer nach unten der scannt er immer flächenweise oder nicht ich glaube der scannt immer reihenweise wenn da hinten schon erde ist dann hat er da schon angefangen zu scannen ich weiß es aber nicht weil der kei ja auch schon erde ist ja wird aber so gemacht haben schon ein bisschen komisch ich glaube das kann nämlich von oben nach unten warten wir ein momentchen damit ab vielleicht sehen wir es zum ende hin das ist es in es in cookie party reaktor so dann läuft das läuft das läuft best teleportation haben wir für dich teleportation ok ich habe einen eine pfanne bekommen ich will nicht teleportieren geh weg ich habe ihn zu dir teleportieren ich habe ihn zu dir teleportieren ok was ist denn für ein scheiß jetzt ey die verbindung war noch da die verbindung war noch da ja auch nicht schlecht junge wie viel brauchst du denn noch und gut weg komische glas ja ich habe so eine pfanne bekommen die 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 600.000 ist doch bald fertig sein hier 150.000 oder das müsste doch eigentlich packen ja komische dinge ich weiß ja wir rein die bräuch ähnlich wie wir sind unnötig diese teile soja da war ja fast fehlen der lillipets gras und weins block habe ich nämlich schon wir brauchen meuthen alumite und meuthen kobold für ae und stil ja toll aber ich muss das alumite auch machen weil sie da sind so gerade so die beiden wo ich gar keinen bock drauf habe diese quest zu machen ich brauche zwei stück ob sie dann haben wir noch sie dann haben das ist ja nicht mal was gemacht mit obsidian ich brauche obsidian für wollten hallo auch ganz schön um 1zoll cent zu machen 3 von chimie 3 lead 1 beryllium 2 silicon und 1 oxygen 1zoll cent und geht doch noch das gold könnte ich jemals rauspumpen ob ich eine neue plate dafür ach ja ich brauche mir eh mal einen ingot der ganze kuchen hier noch ne ingot 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 geh mal bitte an diese ganzen questen die wir nicht wirklich machen können naja weil man mal warten muss naja weil man mal warten muss wenn man irgendwas zählt naja weil man mal irgendwas zählt da nimmst halt den ingot nicht blödes ding ingot nimmst halt den ingot nicht blödes ding ingot nimm mal den gold ingot hier die lieb hat hat mir in keiner welt ne kann man aber zichten das brauchen wir auch bei hier zu stellen so was können wir denn noch rausziehen wir können bestimmt das zeug auch noch rausziehen ja kann man es auch blöckeweise rausziehen das wäre natürlich nett mal gesehen wie man den kraft herstellt mhm deswegen bräuchte stolz sind achso ok wir sollten echt die welt wechseln das bringt gerade nichts wenn wir die laufen haben und dann trotzdem Sachen brauchen ne weißt du noch welche welt das war nö irgendwas mit keine ahnung dann guckt er auch nach hölle oder so die nether sphäre guck er nicht das denn blöcken machen wir haben das ganze zeug rausgepumpt bekommen und da ist emerald drinnen oben ähm emerald liquid emerald ist da drinnen komisch ja ok ich kann hier ruhig die blackberry auch weitermachen weil die torch bleiben ja stehen das ist das gute komm mein freund gieße es auf das brauche ich nicht ich muss mal raus getrennt hier jetzt habe ich hier noch aluminium das kann drinnen das vermischt sich nicht das duck bramium vermischt sich auch mit nichts aus ausgecootet ja ach so dann kann ich nämlich gleich schon mal ein bisschen ah nochmal herstellen wegen deiner flüssigkeit ne welche flüssigkeit du brauchst wir haben noch hier so einen großen tank hä was für eine flüssigkeit ne diese komische witterflüssigkeit oder was das heißt ja nicht was so ein tank wo das drin ist weiß ich doch nicht keine ahnung ob wir einen tank dürfen wir haben oder nicht bin ich äh hellseher im level ja warte ich weiß es doch nicht ich habe damit nichts gemacht ich habe es doch jetzt erst per quest gesehen hast du letztens bei der quest schon gesehen gehabt ja aber keine ahnung wie bauen wir denn da 10 buckets brauchen wir dafür ja ich leere gerade die tinkers weil ich äh hallo mein tersteller ja mach das ich würde auch ein bisschen weiter kommen ja werde ich die buckets mal holen werde ich die buckets mal holen was viel ist denn auch drin von dem zeug 100 ok muss vielleicht ein paar nuggets noch herstellen nuggets 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 ähm ja fuck fuck buckets 1500 da geht ja auch rein rein ach tinkers 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 dass man das dass man also keine kisten unterstellen kann dass man die so so auffüllen kann solche flüssigkeit darin speichern kannst du diese flüssigkeit darin speichern kannst nein ich schmerzt ich hole mir irgendwas raus gerade fuck können wir wieder weg hier aluminium block dit äh äh so quest ist erledigt quest ist erledigt quest ist erledigt ok climb reward ist erledigt ant Aside und okay ein gut gut pack ein kaktusschild scheiss spiel erst mal wieder zumachen das ding bevor man da aus dem rein fällt so ich glaube wenn das gleich geschmolzen ist müsste rein theoretisch alumite irgendwann auftauchen nein theoretisch aber praktisch nicht aber es könnte schon passieren weil iron fehlte wenn ich einmal mit obsidian und aluminium mische müsste alle mal rauskommen laut dem spiel stimmt das ja auch hier oben sind lava zugang kommen 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 ich will sehen dass es vermischt haben wir ein drinnen gut nether weg ja schon komm schon komm schon jawohl alumite ist da drei ingots wie viel alumite brauchen wir denn zehn ingots zehn okay ich hole jetzt erst mal das bramium raus damit das auch raus ist ach ja gehen wir gucken ob ich ein paar eigenen büscher ernten kann 3 ingots können zu werden 1 2 und der letzte sollte es sein so das und abgehendet ja sie auch einschmeißen können hier so aluminium ist eine alumite und iron das heißt es ist wichtig auf jeden fall weiter und hier ist jetzt liquid dann ist jetzt nur rein das zeug da drinnen ich stehe nochmal vielleicht näher ich wollte da noch mehr rausschmeißen müssen na wie viele ingots kriegen wir jetzt gleich vier ingots okay also zwölf dinger bringer wie viel hat zwölf hat es mir glaube ich zugeschmissen ne ungefähr zwölf stück bringen ein ingot starrer das ist ja das problem egal blüht nichts anderes übrig ne ich hab ja erstmal die flüssigkeit geholt gehabt hallo bütches ich mache ich bin gleich tot ja ich bin gleich tot weil ich weil ich hier runtergefallen bin und ich habe keine blöcke mit wenn da lang wurde runter gehen kann da hinten wo du gerade bist da kommst du noch weiter runter du bist witzig hinter der püramele war das kacke flüssigkeit gott tot 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 ja game over ausgeflogen er sich ja genau ausgeflogen ja join weil hinten diese kackflüssigkeit noch war ja jetzt sind die ganzen items auch weg nicht sterben nein super nachher bist du auch wieder gelandet